Fritz Schachermeier war ein österreichischer Althistoriker. Wegen seiner Verbindungen mit den Nationalsozialisten und seinen ideologisch-rassistischen Ansichten gilt Schachermeier als einer der umstrittensten Vertreter seines Faches im 20. Jahrhundert. Leben Fritz Schachermeier studierte ab 1914 Altertumswissenschaften in Graz, wo er unter anderem bei Adolf Bauer lernte, in Berlin und in Wien, wo Adolf Wilhelm sein Lehrer wurde. Sein Studium wurde ab Ende 1915 durch Kriegsdienst in Siebenbürgen, Kleinasien und Mesopotamien unterbrochen, wo er Interesse für den Alten Orient entwickelte. Schachermeier schloss sein Studium 1920 in Innsbruck bei Karl Lehmann Haupt mit einer Dissertation über die Beziehungen zwischen Ägypten und Vorderasien ab. Zwischen 1919 und 1929 war er zunächst im Schuldienst an einem Innsbrucker Mädchengymnasium tätig. Er habilitierte sich 1928 über etruskische Frühgeschichte an der Universität Innsbruck. 1931 wurde Schachermeier zum Professor für Alte Geschichte an der Universität Jena ernannt, zunächst als Extraordinarius, noch im selben Jahr als persönlicher Ordinarius. Eine Berufung auf den Lehrstuhl Lehmann Haupts in Innsbruck scheiterte 1932 vermutlich aus finanziellen Gründen, da das bisherige Ordinariat in eine außerordentliche Professur umgewandelt worden war. Bei der Bewerbung um die Nachfolge Wilhelms in Wien wurde 1934 Josef Keil vorgezogen, wohl auch wegen Schachermeiers nationalsozialistischer Aktivitäten. Schachermeier blieb zunächst in Jena und war dort von Oktober 1934 bis März 1936 Dekan der Philosophischen Fakultät. 1936 ging er als ordentlicher Professor an die Universität Heidelberg als Nachfolger des bereits 1933 aus rassischen Gründen vertriebenen Eucken. Teubler 1941 wechselte er an die Universität Graz. Zwischen 1945 und 1952 war Schachermeier wegen seiner nationalsozialistischen Weltanschauung zwangspensioniert. Ab 1946 vertrat Erich Swoboda die alte Geschichte in Graz. Er wurde aber 1952 als Nachfolger Keils auf die Lehrkanzel für griechische Geschichte, Altertumskunde und Epigrafik an der Universität Wien berufen. Er wurde 1963 emeritiert, hatte die Lehrkanzel aber noch bis 1970 inne. Schachermeier gab in der Zeit des Nationalsozialismus eine sehr fragwürdige Figur ab und wird mit Grund als einer der profiliertesten Nationalsozialisten unter den Historikern bezeichnet. Seit der Übernahme der Professor in Jena 1931 begann er sich politisch für die NSDAP zu betätigen und war nach eigenen Angaben Mitbegründer des Nationalsozialistischen Kampfringes der Deutsch-Österreicher im Reich, dessen Gauleiter von Thüringen er 1933 wurde. Er versuchte, die Nationalsozialistische Bewegung durch Vorträge und Veröffentlichungen wissenschaftlich und kulturpolitisch zu unterstützen. 1933 veröffentlichte er im Völkischen Beobachter, dem Parteiorgan der NSDAP, einen Artikel über die nordische Führerpersönlichkeit. Einen Sonderdruck dieses Aufsatzes übersandte er sogar dem zuständigen Reichsinnenminister für Hochschulangelegenheiten, Wilhelm Frick. In einem beiliegenden Brief schilderte er sein aktuelles Arbeitsvorhaben, einen Versuch zur Grundlegung der nationalsozialistischen Weltanschauung aus dem Geiste der Historie zu verfassen. Ebenfalls 1933 versuchte Schachermeier in einem kleineren Aufsatz, die Aufgaben der alten Geschichte im Rahmen der nordischen Weltgeschichte zu bestimmen. In zahlreichen Publikationen der folgenden Jahre verbreitete er nationalsozialistisches Gedankengut und ging dabei weiter als die meisten seiner Kollegen. Die Ergebnisse seiner Bemühungen waren mitunter grotesk, so erklärte Schachermeier in der Annahme. Historische Größe sei grundsätzlich mit der Zugehörigkeit zur nordischen Rasse verbunden. Gestalten wie Paisi Stratos oder Hannibal im Umkehrschluss zu Ariern. Auch Fachkollegen beurteilten seine Arbeiten zwiespältig, selbst jene, die selbst der NS-Ideologie nahestanden. So schrieb etwa der Leipziger Althistoriker Helmut Berwe 1943 an Walter Herwig Schuchart in Freiburg. Denn so begrüßenswert es ist, dass Schachermeier fast als einziger unter den Althistorikern sich der antiken Rassengeschichte mit Eifer angenommen hat. So wenig zuverlässig erscheint mir seine Methode, so wenig präzise seine Formulierungen und seine Darstellung. In seiner Grazer Zeit kooperierte Schachermeier sowohl mit dem Ahnenerbe, der SSI, als auch mit der konkurrierenden Dienststelle Rosenberg. Nach 1945 versuchte Schachermeier diesen Lebensabschnitt möglichst vergessen zu machen und ging auch in seinen Lebenserinnerungen nicht darauf ein. Er springt darin von seiner Antrittsvorlesung in Jena, die Alexander den Großen zum Thema hatte, direkt zu seiner Alexander-Biografie, die er nach 1945 verfasst hatte. In Anlehnung an Oswald Spengler vertrat Schachermeier später die Auffassung, dass nicht Rasse, sondern die Kultur der Faktor sei, der Menschen unterscheidet. Zumindest seine frühen Arbeiten über Griechenland und den Alten Orient hatten aber durchaus die vermeintlich überlegene nordische Rasse hervorgehoben und zugleich insbesondere den Phönizien aufgrund einer semitisch-arminoiden Rassenkomponente besonders parasitäre Neigungen. Nachgesagt, Schachermeier forschte hauptsächlich auf dem Gebiet der griechischen Antike. Vor allem zur griechischen Frühzeit leistete er größere Beiträge und ging dabei auch häufig auf die altorientalischen Nachbarn der Griechen ein. So beschäftigte er sich neben den Griechen auch mit Hethitern, Etrusgern, ja selbst mit Bentkeramik. Da seine Arbeiten vor 1945 aber stark von der nationalsozialistischen Ideologie beeinflusst waren, sind Schachermeiers Ergebnisse und Beurteilungen oft nur mit Vorsicht und unter Vorbehalt zu übernehmen. Seine Sammlung von Keramikscherben verschiedener, vor allem mediterraner und vorderasiatischer Provenienz. Eine der bedeutendsten Lehrsammlungen ihrer Art, die der Forscher seit seiner Studienzeit auf vielen Reisen zusammengetragen hat, hinterließ er der Mykänischen Kommission. Seine 1973 in überarbeiteter und erweiterter Fassung erschienene umfangreiche Alexander-Biografie gilt noch heute als ein wichtiger Beitrag zur Alexander-Forschung, wobei Schachermeier den Titan Alexander durchaus recht negativ betrachtete. Schachermeier war seit 1957 ordentliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und korrespondierendes Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Von den Universitäten Athen und Wien wurde er mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Schachermeier erhielt das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst Klasse Das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst Das große goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich Die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold und die Medaille für Verdienste auf dem Gebiet der Wissenschaft seiner Heimatstadt Linz 1963 bekam er den Wilhelm-Hartel-Preis Schriften Etruskische Frühgeschichte Berlin, Leipzig 1929 Zur Rasse und Kultur im Minoischen Kreter Karl Winter, Heidelberg 1939 Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte Versuch einer Einführung in das geschichtsbiologische Denken Klostermann Frankfurt M. 1940 Indogermanen und Orient Ihre kulturelle und machtpolitische Auseinandersetzung im Altertum Stuttgart 1944 Alexander der Große Ingenium und Macht Pustetgrad Salzburg Wien 1949 Alexander der Große Das Problem seiner Persönlichkeit und seines Wirkens Wien 1973 Griechische Geschichte Mit besonderer Berücksichtigung der geistesgeschichtlichen und kulturmorphologischen Zusammenhänge Kohlhammer Stuttgart 1960 Perikles Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Mainz 1969 Geistesgeschichte der perikleischen Zeit Stuttgart Berlin Köln Mainz 1971 Die Tragik der Vollendung Stirb und werde in der Vergangenheit Europa im Würgegriff der Gegenwart Koska Wien Berlin 1981 Griechische Frühgeschichte Ein Versuch, frühe Geschichte wenigstens in Umrissen verständlich zu machen Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien 1984 ISBN 978-3-700-1-0620-3 Ein Leben zwischen Wissenschaft und Kunst ASG von Gerhard Dobisch und Hilde Schachermeier Wien, Köln, Graz 1984 Wien, Köln, Graz Modell Wien, Köln, Graz Modell Untertitelung des ZDF, 2020